Hallo und herzlich willkommen zu Baufix24 Wissensvideos. Vielleicht kennen Sie es selbst und haben es auch selbst schon mal erlebt, dass Sie Freunde, Bekannte, Familie um Rat gebeten haben. Nachdem Sie diesen Rat bekommen haben und diese vielen Ratschläge, haben Sie sich vielleicht auch gefragt, woher nehmen diese Ratgeber eigentlich Ihre Weisheit? Haben Sie diese Sachen selbst schon einmal erlebt? Kennen Sie es? Vielleicht. Hier bei Baufix24 Wissensvideos erhalten Sie echte erlebte Praxistipps. Das heißt, wie Sie mit bestimmten Situationen im Rahmen eines Immobilienkaufs, eines Wohnungskaufs, eines Hausbaus, in welche Probleme Sie dort reinrennen können und wie Sie diese Probleme in der Regel selbst lösen können. Das Ganze möglichst einfach und simpel erklärt, ohne fachchinesisch und ohne juristischen Tiefgang, sondern für Sie einfach, verdaulich. Schauen Sie einfach rein. Am Ende des Videos gibt es noch einen kleinen Goodie, einen Bonbon und genießen Sie dieses kurze Wissensvideo und schauen Sie jetzt einfach weiter. Hier geht's los. Was könnte denn aus Ihrer Sicht der Vorteil sein, zum Beispiel ein renovierungsbedürftiges Objekt zu kaufen? Ja, genau. Was noch? Besser handeln. Besser handeln, ja. Warum denn zum Beispiel? Warum können Sie besser handeln? Weniger Konkurrenz hat. Richtig. Ja, also Sie haben, wenn Sie wirklich eine Bestandsimmobilie kaufen, die vielleicht in einem renovierungs- oder vielleicht über sanierungsbedürftigen Zustand ist, haben Sie einen Monstervorteil. Die meisten Leute haben keine Fantasie. Ja? Die sehen also wirklich nur, ich sag jetzt mal, die alten Steine, ja, und eine alte Direktrik und sehen einen alten Heizkörper und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja? Das ist wirklich häufig ein Riesenvorteil, wie Sie dann wirklich in Anführungsstrichen auch noch Schnäppchen machen können. Ja? Wichtig ist nur da, dass Sie, sagen wir mal, auch wirklich jemanden haben, der sich in solchen Sachen auch gut auskennt. Ja? Weil sonst können Sie da auch eine richtige, richtig fiese Bauchlandung machen. Also, das ist eine der, dass Sie, sagen wir mal, oder? Also, das ist wie eine Frau, wir sind in dem Moment. Ja? Also, ich sage mal, da was Sie, sagen wir mal, About loans wie sie, sagen wir mal, oder? Das sind ja, wir sind. Ja? Das ist ja.